Musik Nach dem Höhepunkt der Jimi Hendrixes bricht das Festival auseinander. The Ten Years After und andere prominente Gruppen stehen noch auf dem Programm. Aber an das Programm glaubt jetzt keiner mehr. Die meisten wandern ab, durchnässt, durchfroren, müde, enttäuscht, betrogen. Die Offenbarung mit dem magischen Namen Woodstock kam nicht zustande. Das große Friedenstreffen hinterlässt nur eine Spur. Es hat einige Manager reicher und einige ärmer gemacht. 20 rabenschwarze Raudis haben Fehmarn das Fürchten gelehrt. Doch es steht zu erwarten, dass die Ostseeinsulaner auch von den 20.000 übrigen, den friedlichen, nichts mehr werden wissen wollen. Von den Opfern der Rocker, des Regens und der Raffgier ihrer Idole. Am Abend dieses letzten Tages wird das Organisationszentrum belagert von Ordnern, die ihren Lohn für vier Tage Arbeit sehen wollen. Die Kasse ist leer, die Veranstalter sind verschwunden. Die bis jetzt friedlichen Ordner sollen nun die Dummen sein. Und da sind auf einmal wieder drei, vier Rocker da, die den Radau anheizen. Im OZ bemüht sich ein junger Mann um Frieden mit guten Worten und leeren Taschen. Er trägt keine Verantwortung für das Debakel. Ja, hier, OZ. Hier ist nicht Putz, hier ist Wolfgang. Putz ist nicht hier. Er hat sich verpisst. Putz ist nicht hier im OZ. Achtet drauf, dass die Leute draußen ruhig bleiben, Mensch. Bis 8 Uhr haben wir gegeben. Also das ist noch über eine halbe Stunde. Bei mir ist noch alles klar soweit. Aber pass mal auf. Das ist doch, was da draußen los ist, Mann. So klar, Mensch. Keine Nacht im Regen gestanden, es ist ein Krokodil an, nass geregnet. Hey, Hansi, mach mal auf. Mensch, kein Schwein mehr nach der Kohle, wie das wir die Kohle gegessen haben. Die Scheiße hier. Die Leute beruhigen draußen. Bis 8 Uhr haben wir gegeben. Bis 8 Uhr ist noch gegeben, denn... Hier wird für nichts mehr garantiert. Dürfen wir. Dann dürfen wir das. Christian, bitte melden. Christian, was ist mit dem Geld für die Ordner? Die machen hier sonst kurzen Prozess im OZ. Schönen wir mal lauter. Oh, siehste, dass sich anbauen... Wieso das denn? Scheiße. Dauer her, mit dem Funksprechgerät. Das ist ja scheiße. Ich kann die Leute hier nicht mehr vertrösten. Moment, bitte Telefonklingel. Eine Stunde später brennt das Organisationszentrum. Es entsteht ein Sachschaden von rund 30.000 Mark. Am Montagmorgen, es war der 7. September, schien auf Fehmarn die Sonne. Das ist ja schon. Ich kann die Säge nicht mehr vertrösten. Ich kann die Säge nicht mehr vertrösten. Das ist ja schon. Ich kann die Säge nicht mehr vertrösten. Ich kann die Säge nicht mehr vertrösten. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Pass it over to me. Untertitelung des ZDF, 2020